Herzlich Willkommen zu Road to Commander und nach Wunder Herrschaft. Alter, ich geh nicht bei denen in Clane, müssen sie mich gar nicht anschreiben. Bei Member Subur oder was? Also es ist doch schon ein bisschen bitter, wenn Clane und so schreibt. Die fast alle in Membersuche schreiben und dann über eine Zweiecker, die haben sie fast alles Dashboarder. Das ist echt so. Dann freuen sie sich, wenn sie eine Zweiecker haben, wenn sie so ein Kabel ziehen, Alter. Würde ich mich so schämen dafür. Naja, also ich bin jetzt der Herrschaft. Ich finde es schon ganz in Ordnung, dass man da erspornet. Das ist jetzt nicht so schlimm. Kann man ja mal akzeptieren. 50% der Zuschauer werden wieder keinen Sarkasmus verstehen. Also wie ein Diener, die versteht auch keinen Sarkasmus. Ist einfach echt so schlimm, dass so viele Leute einfach keinen Sarkasmus verstehen. Man schon so redet, als muss man einfach verstehen. Pikachu, du bist ja gut. Bitte chill da oben, einer Freaky, bitte, 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 Mann. Die sind eigentlich einfach dauerhaft mit ihrer ALM im Visier. Dann freuen sie sich, wenn sie ein Kill bekommen. Ja. 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 Da kommt vielleicht einer, glaube ich. nicht. Die Tannen gekauft hast du aufgehoben. Aufgehoben natürlich. Warum stirbt der Pikachu nicht? Dann haben wir nicht A und C. Ja, weil die Gegner sind dumm. Dumm sind die abzugeben. Wir haben Alpha verloren. Achtung, feindlicher OPM. Ja, ganz klar, wir haben das. Einmal so wahrscheinlich. Oh, jetzt ist die, glaube wir, die Lauf mehr schenken. Oh, der hat sich einfach nur erschimmelt, dass ich immer so übelst. Das hätte nicht erst acht gebeten. Da. Bravo wird gesichert. Das Spiel doch mit. Die spielen alle mit 1,94 Euro. Das ist so krass. Die hatten 300 Daping. 400 Daping. Das ist so ein richtiger... das ist so ein richtig ja das ist so ein richtiger lecker jetzt hat er wieder normalen pink drückt wahrscheinlich das auf eine taste dann bekommt er übelst die lex geht er wieder von der taste runter keine lexen es ist geben wird da schaut es euch an euch den gegner erst mal die vier werfen alter nur c4 nur c4 ich glaube es kaum oh mein gott c4 oh mein gott ich flippe aus warum war denn nicht da schaut es euch an man sollte ein lied rausschreiben wie scheiße diese waffe ist sie ist nicht scheiße aber opa wat opa wat ist das neue wort wenn man zu faul ist over zu sagen das uhr wird sich richtig aufregen welcher von den beiden der haben wir jetzt so viel tun auf einmal hat das hat er irgendwie 11 zu 0 also ja mhm da hab ich noch mal gekillt da hinten alter das ist so krass hat sie viel vorwerfen das ist so krass aber man merkt richtig wie die gegner einfach immer besser werden und einfach ohne an 94 keine chance mehr hat denn im spiel zumindest am pc man sieht es gibt keine noobs mehr es gibt einfach keine noobs da oben aber ich habe auch gerade immer da ein ok es war das war ich mag die tod verdienter tot das spiel ich denn jetzt mal das ist der beste das ist ein abschuss kenne ich aber schon da schau was macht das teammate der ist schon so angehitten und stößt das ist gar kein faker von nächstes nein was die pikachu was ist kein faker von achso ist das pikachu achso ist das solution von dem hat man auch kaum mehr was kann es sein ich schaue die video schon an also macht er noch nichts macht er noch wieder so ja sonst kann ich ja keine anschauen ja zum beispiel test wurde das extrem inaktiv gerade ja aber der solution liegt glaube ich von youtube also kann ich einfach aufhören also hauptberuflich das ist eh so ein bisschen also das ist zwar schon geil das hauptberuflich zu machen aber da hat man erstmal das übelst dran gebunden dann und irgendwie ich hätte zum beispiel keinen bock täglich dann immer zu zocken und immer aufzunehmen und immer hochzuladen ich meine es macht schon für mich jetzt zum beispiel spaß aber halt in gewissen maße ein trick die gegner sind gut alle gerade eben links noch aber jetzt tun sie nur noch kämpfen mach ich jetzt auch mal lalalalalala ja okay die haben orbital oben kann man nichts machen kann man nichts machen da kann man in der tat nichts machen ich bin in meinem besuch noch nicht einmal begegnet und noch einer sehr schön sehr schön ähm ich bin jetzt keine mehr da ich hab auch grad irgendwie gar keine motivation mich jetzt anzustrengen gegen solche gegner ja das bringt jetzt eh nichts mehr da schau dir an da schau dir an c4 ach die haben immer noch obi die haben immer noch obi ach ich will nicht rausgehauen naja das ist krass da schau ich hätte ihn 30 mal an und an für 90 Worte das ist halt einfach so ach ja da damit auch den ganzen tag da geil naja ich hab die alle ein paar mal gekillt das reicht nur aus Gottesrennen keine kunst damit da war auch wie gut zu spielen also ich finde schon dass das ähm relativ gut ist äh dafür dass sie ein orbital haben äh drei orbitale hatten die schon dafür sind die scores von denen relativ gut das kann man schon mal zugeben also Hendrik keine falsche bescheidenheit an 94 an 94 an 94 an 94 an 94 beste Waffe jeder Welt wie es allen gefällt oh mein Gott ich hab ein an 94 aufgehoben geschehen ich hab ihn nicht gesehen denn er sieht aus wie ein Bremen ähm keine Ahnung ey ich hab grad mit Friedensstifter ja cool cool ich sag youtube ja oh drop shot oh fuck ich kann mich nicht drop shoten oh das ist scheiße wenn man nicht drop shoten kann dann schafft man nix ist scheiße oder oder ist einer erstmal erstmal hinlegen oder ist ja angeblich ich muss mich ich muss mich bereit halten zum drop shoten verdammt oh drop shot hat das Leben gerettet oh oh top shot verdammt neun 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 das macht was macht ihr da schon guter Köln gut du weißt du gibt es undeutlich in den Sprachzeugen dringend ein paar nach unten neun da sie schicken und ganz neun 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 tu mir leid ich habe eine kranken neun 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 man darf keine leute mit kranken ok haha du bist ja lustig okay pft pft ja alle sind raus soo ich habe jetzt schon keine bohken mehr das ist kein Punkt nun wir sind für mich zu probieren ja da ist sogar ein relativ schlechter Spieler nachgedreut oder schon raus das noch mal die Schlecht ich bin ich kann sich mal nachgucken handrig ist ja einen ganzen witziger hendrik 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 du bist ja du hast ja heute du bist ja richtig witzig heute was hast du gemacht dass du heute so witzig bist ja ich finde das ist schon relativ witzig alter du war auch eigentlich aus wenn ich das wird sicher nicht du solltest komiker werden finde ich alter nicht schlechter specht ja also dafür das war schaden kassiert hätte also geil diesen kampf noch zwei punkten jetzt echt Spaß ich muss nur kurz meine komische es kommen immer drei gegner toll ich finde keine gegner wenn eine kommt dann von hinten starten ein ganzes magazin drauf eine frage skiller toby warum liegst du dich jetzt hier hin und kämpfst du brauchst dich jetzt nicht brauchst du es nicht wegrennen du kannst auch hier bleiben diese achse schütte den probiert da ist einer du stimmst gleich zu null rausgehen maus hängt du bist nicht gestorben ist gut ja ich weiß ich bin stolz auf dich ja meine maus hängt und die maus jetzt bin ich tot ja hättest du mal nicht gekämmt hätte ich nicht machen das hast du ganz richtig erkannt aber wer war vor mir gelege ich A wird gesichert Doktor kackwurst ich mach das jetzt mal so wie die die pros so so oh da kommt einer ne da kommt einer auch ne da kommt einer auch nicht oh das sind da gar keine gegner warte mal weiter was alter wie jetzt stellt der schon wieder rum geschützt boah wenn es geschützt da durch geschossen hätte dann hätte ich mir echt gefragt Abschluss bestätigt was machst du denn da alter schimmeln krass wir werden beherrscht angestufer vorgehen ok da sind ein paar zu viele gegner ja ein paar zu viele ich dann schon hä wie könnt ihr auf beiden seiten sogar zu vielen sein unlogisch alter wie der hat weiter geschossen sogar oh mein gott kann nur so spastisch spielen was zu spielen doppelte 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 ich verstehe es nicht warum die so extrem käme wo überall sind gegner gegner überall das ist der gegner tanz gegner überall lalalala finden und von vorn ja da tun sie sich freuen wenn sie eine drohne raushauen boah alter hä oder diese achse der ist so schlecht was woher weißt woher wusste der jetzt dass ich da bin ah was ein boss ich camp jetzt ich camp jetzt einfach doch doch ich campel das sagt man sich immer und dann schafft man sich zu campen du bist und nun auf dem geschützt steht du stirbst einmal davon du läufst wieder genau in die gleiche stelle hin du stirbst doch weiter da schau dir die killcam an schaust dir an kompetenz vom team kompetenz vom team persönlich sind die die logik an er denkt dass ein cooles im klimat wir kämpfen wir händrich ziele sicher ich schütze den axel jetzt zehnmal dann geht er raus und jetzt schon da sein was war das jetzt wieder für was war das jetzt wieder für ein hack somit oh ja kann ja auch lol das sehe ich als logisch hitt ihn vorher an und er kült mich schneller weil das macht sinn das ist normal so das gehört sich so das ist gewollt vom spielmacher das ist auch gewollt dass man einfach sofort stirbt dass der sofort auf dem kopf ist das ist alles gewollt natürlich für alles eine logische erklärung auch dass da jetzt auf einmal der wieder kämpft ist auch logisch da kommen zwei natürlich der hat natürlich nur die kohle hat sein geschützt ich habe die 125 punkte dafür bekommen da kommt es einer schaut da kann man ich weiß noch irgendwo hin und schau ich weg und dann kommt da so oft so und er kennt ja immer noch klar gibt es immer noch wie lange der da kennt hallo 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 ich lege mich jetzt mal einfach hierhin mal schauen was hier passiert mal schon halte ich schon jetzt wieder an der stelle wohl damit habe ich nicht gerechnet wenn das die kirche mister ich habe jetzt auch kein bock mehr da schau sie dir an die kirche höchstpersönlich das ist vorbei mission gescheitert das muss nächstes mal besser werden haut rein zuschauer ciao